Das ist ja wirklich so die Sache. Die Dunkelelfen und die Menschen sind, was das Nahrungssammeln angeht, am effektivsten. Allgemein sind von der Wirtschaft her Dunkelelfen und Menschen am effektivsten. Wobei die Elfen gehen eigentlich auch noch, außer was die Nahrung angeht. Da sind sie schlecht, die Elfen. Die schlechteste Wirtschaft haben ja leider immer noch die Trolle. Oder was heißt leider, die müssen sie haben, sonst wären Trolle viel zu overpowered. Wenn sie zu den starken Einheiten noch eine starke Wirtschaft hätten. Hier unten sind auch halt verdammt viele Wachen und so unterwegs, also stärkere Hasim. Deswegen möchte ich auch eine gute Armee haben, wenn ich da runtergehe. Und flupp, da kommt schon der nächste Angriffstrupp. Das heißt, an den beiden Spawnern werden auch gleich welche wieder spawnen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Jo, da sind welche gespawnt. Jo, da sind welche gespawnt. Nicht zurückweichen. Nicht zurückweichen. Tot den Feinden. Was, die meinen ist ernst. Und wir haben ein Totem verloren. Hm. 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 Und ein Schwein. Nicht zurückweichen. Für den Clan. Ein Gegenangriff. Lass dir riechen. Ich fühle sie. Ich fühle sie. Gut. Okay. Ach, die Jäger haben langsam auch nichts mehr zu jagen. Hm. Wohin? Jetzt stehst du dir selber im Weg. Ich bin müde. Wohin. Ich bin müde. Das doof ist. Na los. Was wollt ihr? Hm. Ja. Was wollt ihr? Hm. 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 Oh, okay. Oh, und für euch gibt es hier schon fast kein Holz mehr. Dann errichtet mal hier einen Holzfäller. Schon dabei! Zara, hilf! Wohin? Gut! So, können wir hier den Holzfäller auch einreißen. Ja. Ja. All my true heroes! Oh, wir haben einen Veteranen sogar verloren. Danach noch einen von den abgegradeten. Ja, hm, wohin? Gut. Was jetzt? Das Gebäude ist einsatzbereit. Wey, wir haben genug. So, beränder her. Wohin? Das Gebäude ist einsatzbereit. Ist was. Dorthin also. Was wollt ihr? Keine Rast. Wo sonst? So, erstmal die Rüstung. Ja, hm. Gut. Und dann könnt ihr... Hier ein Holzfäller errichten. Klammbrüder zu mir! Zu den Waffen! So, wir haben genug Schweinezuchten jetzt. Ein Gegenangriff! Für den Clan. Das Gebäude ist einsatzbereit. Zu den Waffen! So. So. Also Eisenmangel werden wir eine ganze Weile keinen haben. Ich kann fast 100 Veteranen, könnte ich theoretisch ausbilden. Was wollt ihr? Keine Rast. Ja, ja! Zu den Waffen! Was ist... Folgt mir! So. Sofort! Schnell! Dann gehen wir jetzt zum Eingangriff über, nachdem wir mal gespeichert haben. Folgt mir! Sofort! Bereit! Mir nach! Für die Rune! Schlage jetzt hier die letzten Angriffe zurück. Verteidigt euch! Für die Freiheit! Für die Freiheit! Ein Gegenangriff! Vorsicht! Bereit! Mir nach! Vorwärts! Ihr könnt nicht vorbei! Kämpft! So. Ja. Sie machen wir halt jetzt ein bisschen was aus. Auf mein Zeichen! Auf mein Zeichen! In die Schlacht! Krieg! Bin schon auf halbem Weg! Vorwärts! 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 Ein Gegenangriff! Bin schon auf halbem Weg! Auf mein Kommando! Die Rune! In Deckung! Für den Clan! Wo sind die Gegner? Tote in Feind! Und auf halbem Weg! Für den Clan! Bereit! In die Schlacht! So! Erstmal hier unten aufräumen! Die H7-Wache wird wieder ein Bupuss-Sand dabei haben! So wie ich es einschätze! Hier vorne! Zorn! Schwere, größere, große Schlagwaffe! Folgt mir! Zur Ehre Aonius! Nett! Myrmidon! Hey! Da haben wir Myrmidon! Sondern wir werden die 15 mit der schweren Kriegsfluss erreicht haben! Für die Rune! Ja! Bringen wir es zu Ende! Folgt mir! Zur Ehre Aonius! Was ist? Ja und die sind gerade ein bisschen blöd! Zurück mit euch! Kämpft! Zeit zu sterben! Hey! Stufe 36! Das heißt Stärke erhöhen! Die beiden Sachen erhöhen! Nichts Neues was wir hier tragen können! Aber wir können jetzt endlich mal ein besseres Schild tragen! Ich finde es lustig, dass der Drachenstoppenpanzer hier als erstes mir vorgeschlagen hat, äh vorgeschlagen wird! Oh! Das war mein Brander! Schnell! Sofort! Schnell! Das waren zwei Brander sogar! Wir machen die ganze Zeit! Ja! Wir machen die Wegenz複오 dazu ...